Willkommen zurück zu Let's Play Mega Man 6, yeah! Und wir sind kurz vor dem riesigen, asozial abartigen Endboss Mr. X, yeah! Ich bin gespannt. Oh, das kommt mir gerade gelegen. Also das hier ist der letzte Abschnitt, denke ich mal. So wurde es auf der Karte angezeigt. Hmm, was benutze ich denn jetzt lieber hier? Was lade ich auf? Ich glaube, ich benutze Eisbär, weil von dem habe ich gar nichts. Ja, ist glaube ich am besten. Okay. Schauen wir mal. Erst jetzt die Stage und dann eventuell im nächsten Part Mr. X, weil ich denke, der dauert länger als die anderen. So, euch kenne ich, ja. Hier will ich jetzt so sch- Ops, das war dumm, das mache ich gleich nochmal. Das war jetzt ein unnötiger Load State, aber egal. Oh man, ich bin noch nicht drin. Ich habe auch ein bisschen Bammel vor dem Mr. X. Der wird bestimmt heftig. So, jetzt aber. Oh, das sind Stacheln. Ähm. Haha. Es läuft noch nicht, aber das ist jetzt nur hier kurz der Anfang. Wie mache ich denn das jetzt hier? Wie mache ich das, Leute? Ähm. Ich mache jetzt einfach mit denen hier mit Biotech kaputt. Damit ich hier durch kann. Genau so. Und da fliege ich jetzt ganz gemütlich drüber. Aber Vorsicht, nicht in die Zacken. Sonst bin ich nämlich Tuck. Wow, mein Controller nervt. Also die Schnur. Was zum Teufel? Unnötig. Ach. Kommt her. Ihr Spacken. Was wollt ihr machen? Haha, voll ausgetrickst. So. Okay. Okay, 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 okay. Dumm. Dumm. Meine Fresse. Okay, oben kann ich wieder nicht lang. Oh je. Oh je, oh je. Da gibt es mehrere Wege. Na, da führt es nur in die Stacheln. Super. Ich gehe natürlich hier lang. Ich muss natürlich rutschen können. Ja, die kommt direkt davor. Was zum... Äh, ich prob... Leute, ich probiere mal kurz was. Oh oh. Das war dumm. Scheiße, kann ich nicht mehr probieren. Doch, kann ich noch? Okay, ich will nur kurz hier was testen. Ob ich hier direkt fliegen kann? Scheiße. Fuck. Sorry. Kamikaze. So. Nein, das geht nicht. Ich bin zu dumm. Ich kriege den E-Tank nicht. Egal, ist egal. Weiter geht's. Hat keiner gesehen jetzt hier. Und da fliege ich ganz gemütlich drüber. Oder Moment, Moment. Unmomentos. Boah, was ist das hier? Boah, ist jetzt egal. Haha. So. Was ist das hier? Kein Plan. Ich fliege einfach zu Mr. X. Ganz gemütlich drüber. Nein, nein, nein. Fuck, den hab ich jetzt nicht gesehen. Oh man, stell ich mich wieder an. Ich hab jetzt auch ein paar Tage lang nicht gespielt. Boah. Leute, schreibt bitte in die Kommentare, wenn das jemand weiß, wie, mit welcher Waffe oder was brauche ich, um die Kisten kaputt zu machen. Das hat mir bis jetzt noch keiner gesagt. Das würde ich jetzt gerne mal wissen, aber ist jetzt egal. Da gibt's jetzt in dem Level sehr viel davon. Ist klar. So. So. Du noch. Noch einmal. Sehr schön. Und da gibt's wieder mehrere Wege. Das hasse ich. Ähm. Ich will natürlich die Leiter benutzen. Ja, und wieder eine Kiste. Hau ab, Junge. War das jetzt so klug, da lang zu gehen? Haha. Oh. Sehr schön. Wunderbar. Silberteam, mein Liebling. Sehr schön. Und den Washed. Der ist mein Liebling neben... Äh. 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 Was ist das nochmal? Äh. Silbertier, genau. Muss man auch wissen. Boah, die explodieren. Boah, ein Leben. Ist das so geil. Komm, explodier. Boah, zwei von euch. Ha. Ich bin schneller, Junge. Ah, okay, okay. Da wäre man langgekommen. Wenn man nicht die Leiter benutzt hätte. Ein E-Tank. Sehr schön. Oh, da komme ich sogar dran. Das hole ich mir doch... Fuck. Ha, super, egal. Boah, was seid ihr? Nein, dumm. Boah, ihr seid nervig. Boah, ihr nervt. Mr. X-Shit. Boah, da ist er schon. Okay. Kommt dann... Wahrscheinlich im nächsten Part. Oder jetzt. Mal schauen. Und ich habe fast keine Energie mehr. Na, egal. Also. Mr. X. Jetzt oder im nächsten Part. Viel Spaß. Okay, ich lasse mich einmal auf jeden Fall sterben bei Mr. X. Jetzt hier, weil mit dem Energievorrat reicht das nicht. Der hat mehr Energie als ich, der Penner. Glaube ich, oder? Nein, genau so viel. Okay, jetzt Safe State. Erstmal schauen, was ich alles habe. Viel Tank. Ein Leben. Ich höre mal Silvertier am Anfang. Boah, ich habe Angst. Ich habe so Angst. Ich weiß nicht, wie ich dich mache. Boah. Okay. Ich könnte hier meine ganze E-Tank-Vorrat benutzen. Aber ich will so gut wie möglich das hier jetzt mal schaffen. Also. Boah, der hält viel aus. Der hält scheiß viel aus. Okay, das ist leer. Ich schlage mich eigentlich ganz gut. Gleich der erste E-Tank. Ich würde sagen, benutze ich jetzt mal. Da kommen bestimmt noch mehr Sachen. Ich mache mal kein Safe State. Ich habe aber fast keine guten Attacken mehr. Und wir mal Nightsy. Auch schon leer. Bier-Tag. Boah, nein. Okay, ich probiere es jetzt nochmal. Ist jetzt egal, wenn das zu lange dauert. Okay, ich muss hier eigentlich nur rüber springen. Sehr schön. Fuck. Fuck. Sorry. Okay. Silvertier ist leer. Wunderbar. Klappt doch. Und Eiswehr ist auch jetzt leer. Äh, boah, ich habe fast gar nichts mehr. Oh, das hätte ich doch alles mit Pau machen können, ich Idiot. Ich bin ja fast gar nicht getroffen worden. Ja, das geht auch. Ich muss nur treffen. Fuck. So geht's. Okay. Okay. Das war es aber noch nicht. Da kommt noch viel mehr. Ich habe noch keinen E-Tank benutzt. Da kommt bestimmt noch viel mehr. Okay, Nummer 1. Ich denke, ja. Hä? Äh. Sorry, Leute. Ich mache das jetzt noch mal. Ich mache das noch mal. Ich habe hier Silvertier verschwendet. Und obwohl es mit Pau geht. Egal, wenn das hier zu lange dauert. So. So. Ah, fuck. Fuck. Nein, ich glaube noch nicht. Bin noch nicht drin. So. So. Komm her, Junge. Ich hatte dich eben. Ich, Idiot. Okay. Nein. Nein. Oh Mann. Jetzt will es auf einmal nicht mehr. Fuck jetzt hier. So. Okay, jetzt bin ich noch mal drin. Jetzt stimmt das Timing. Ohne Waffe zu verschwenden. Noch zweimal. Okay. Wunderbar, wunderbar. Nummer 1. Okay. Okay, ich bin eben kaputt gegangen. Ja, er hat genug Power noch. Um mich kaputt zu machen. Ich mache mal ein Safe State. Ich kann noch nicht laufen. Okay. Lass das Finale. Lass den Finale Kampf beginnen. Okay, das war nur ein kleiner Vorgeschmack. Habe ich mir gedacht. Aber ich habe jetzt nichts verschwendet. Was zum? Nein. Noch mehr Wege. Okay. Das kommt dann aber im nächsten Part. Das hat mich jetzt überrascht. Dass es noch weiter geht. Mein Gott. Egal. Also das war jetzt die letzte Stage. Vor Mr. X. Und Mr. X einmal besiegt. Und im nächsten Part geht es dann weiter. Wieder mit 4 Strecken zu Mr. X. Viel Spaß dabei. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.